Kommt rein, ich zeige euch mein Reich. Hier ist meine Wohnung, ich hasse im Hotel zu schlafen, bin lieber im Lkw, weil hier habe ich alles, hier brauche ich nichts einräumen drauf, kein Fahrdienst warten. Hier oben schlafe ich. Das dauert aber, ne? Da ist nichts mit ins Bett fallen. Du kannst ja vorbereiten abends, ne? Hier ist der Kühlschrank mit allem drin, meine Sachen eingeräumt. Hier ist mein großes Bad, auch alles drin. Hier ist das Pferdabteil, gehen fünf Pferde rein. Da ich meist nur mit drei Pferden losfahre, habe ich Futter alles an Bord, und die Pferde haben reichlich Platz. Hier fühle ich mich wohl. Ich kann mal abschalten hier, und am Ende des Tages mache ich meinen Fernseher an und halte die Beine hoch. Ich kann es nicht mehr aufschreiben. Ich bin wirklich nicht mehr auf der Fall. Ich kann es nicht mehr auf der Fall auf der Fall. Ich kann es noch nicht mehr aufstehen,